Von Hochfilzen im Billerseetal sind wir weitergefahren, heute hierher, in die Biathlon Hochburg. Hochfilzen? Nein, Hochfilzen! Du meinst auch Sankt Ulrich sind wir weitergefahren. Logisch, aber ich bin so fasziniert jetzt von diesem Schneefall, dass ich ganz durcheinander komme. Es unterscheidet sich eh kaum. Dort ist es weiß, dort ist es weiß, hier ist es kalt, dort ist es kalt. Es ist Winter, einen schönen guten Morgen und willkommen in Tirol.